Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Wine & Crime. Mein Name ist Jessi und dass du auf dieses Video geklickt hast, freut mich sehr. Und wenn dir gefällt, was ich zu sagen habe, dann klick doch gerne den Subscribe-Button, lass mir einen Daumen nach oben da oder kommentier doch in der Comment-Section unten drunter. Würde mich riesig freuen und ich möchte mich an dieser Stelle bei jedem einzelnen Abonnenten bedanken. Wir sind mittlerweile 340 Abonnenten und ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Ich bin sehr dankbar für jedes Kommentar, für jedes Abonnement und ich wollte an dieser Stelle euch einfach sagen, dass ich euch über alles liebe und vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Und jetzt babble ich nicht lange weiter und würde sagen, wir steppen in unseren nächsten Fall. Den Fall, den ich mir für heute ausgesucht habe, hat sich bei der Recherche für mich vorerst wie ein Drehbuch für einen Hollywood-Film angehört. Also das Ganze, wie die ganze Sache aufgedeckt worden ist, könnte auch einfach ein Skript für einen Film sein. Jetzt beginnen wir ganz am Anfang. Am 30. September 2019 wird ein Notruf in Anchorage, der zweitgrößten Stadt Alaskars, eingehen. Und am Telefon ist eine junge Frau, die hat eine Speicherkarte gefunden. Was die Frau dazu bewegt hat, nun die Polizei wegen einer gefundenen Speicherkarte zu rufen und diese nicht einfach zu entsorgen, ist ein Etikett, welches auf dieser Speicherkarte draufgeklebt ist. Und auf diesem Etikett steht Mord im Marriott Hotel. Die Frau war sehr erschrocken über dieses Etikett, alarmierte nun die Polizei und die Polizei kam, nahm diese Speicherkarte mit diesem bizarren Etikett entgegen und analysierte das Ganze. Was die Beamten auf dieser Speicherkarte fanden, war genau das, was auch das Label schon besagt hat. Heftige Gewaltszenen, welche schließlich in einem Mord endeten. Die Polizei fand insgesamt 39 Fotos und 12 Videos, auf welchen grauenhafte Taten zu sehen sind. Es ist vorwiegend eine Frau mit dunklen Haaren dort zu sehen, die vergewaltigt und schwer misshandelt wird von einem Mann. Man hört ihn teilweise auch sprechen in diesen Videos und das, was er sagt, ist einfach nur grauenhaft und widerwärtig. Auf den Videos ist zu sehen, wie er sie wirkt und schlägt und in einem dieser Videos sagt er dann auch, dass seine Hände müde werden vom Würgen und dass sie doch endlich sterben solle. Alle Aufnahmen stammen vom 4. September 2019 bis auf eine, das ist die letzte Aufnahme auf dieser Speicherkarte. Die letzte Aufnahme stammt nämlich vom 6. September 2019 und auf dieser Aufnahme ist die Frau in ein weißes Bettlaken gewickelt und auf einem dunklen Truck geladen. Die Ermittlungen beginnen sofort und die Polizei hat auch schon eine vage Vermutung, um wen es sich bei dem Täter handeln könnte. Denn wie ich euch eben schon erwähnt habe, hört man die Stimme des Täters und dieser hat einen sehr ausgeprägten südafrikanisch-englisch klingenden Akzent. Und die Polizei hatte schon im Vorfeld mehrere Male mit einem Mann, dessen Akzent auch auf diesen Täter passen könnte, zu tun. Am 2. Oktober 2019, also nur kurze Zeit später, nachdem die anonyme Frau mit der SD-Karte die Polizei alarmiert hatte, wird eine junge Frau am Seaward Highway gefunden, etwa 30 Minuten von Anchorage entfernt. Und ob diese Frau nun das Opfer des Marriott Hotel-Killers sein könnte, ist am Anfang noch nicht bewiesen und fraglich. Der Körper der toten Frau gehört Lynn Jo Henry, die am 22. Dezember 1988 auch in Betel, Alaska geboren worden ist. Sie ist eine Ureinwohnerin Alaskars mit nativen Wurzeln und eben etwas indianisch aussehend, wenn ich das so sagen darf. Sie ist eine geschiedene junge Frau, Single zu dem Zeitpunkt ihres Todes und erst 30 Jahre alt. Lynn Jo Henry hatte viele Probleme mit dem Gesetz und auch mit den Drogen. Doch später wird die Familie von Lynn aussagen, dass sie zum Zeitpunkt ihres Todes auf dem Weg der Besserung gewesen ist. Doch leider wurde ihr die Chance auf einen Neustart für ein neues, besseres Leben genommen. Dass Lynn Jo Henry das Opfer aus dem Marriott Hotel war, bewahrheitete sich auch kurze Zeit später. Und wer der Täter sein könnte, stellte sich auch nach nicht allzu langer Ermittlungen raus. Und wer der Täter war, stellte sich auch nach nicht allzu langer Ermittlungen heraus. Die Ermittler ließen sich die Gästeliste des Hotels geben und zwar für den Zeitraum vom 4. bis zum 6. September. Und auf dieser Gästeliste fanden sie einen ihnen bekannten Namen und ihre Vermutung, welche die Beamten schon vorher gehabt hatten, wurde dadurch auch bestätigt. Es handelte sich nämlich hierbei um den südafrikanischen Einwanderer Brian Stephen Smith. Brian Smith ist wie gesagt südafrikanischer Einwanderer und wird von den Beamten auf den Videos erkannt und wurde ja auch schon vorher durch die Tonaufnahmen von den Ermittlern erkannt oder mehr oder weniger wurde vermutet, dass es sich um Brian Smith handelt. Nun verlangen sie auch Video-Footage vom Hotel. Auf diesen Videoaufnahmen ist Brian Smith zu sehen, wie er Lynn in einem weißen Laken mit einem Gepäckträger zu seinem Truck nach draußen fährt. Brian Stephen Smith wird in Queenstown, Südafrika geboren und wächst dort auch auf. Er schließt das College ab und betreibt ein Gästehaus. Doch sein Traum ist es schon immer gewesen, ein eigenes Hotel zu betreiben. Als er durch ein Online-Spiel seine spätere Ehefrau Stephanie Bisland kennenlernt, verwirft er alle Träume und verwirft auch das Leben in Südafrika und beschließt nach Alaska zu ihr zu ziehen. Und die beiden werden auch heiraten, trotz einem großen Altersunterschied von fast 20 Jahren. Und so zieht Brian zu seiner Ehefrau nach Alaska und die beiden führen dort ein mehr oder weniger normales, unauffälliges, glückliches Leben. Brian Smith betreibt auch einen YouTube-Channel, auf dem er ihre gemeinsamen Reisen dokumentiert und dort die Videos eben uploadet. Er hat aber auch eine Facebook-Page und auf dieser Facebook-Seite ist er auch ziemlich aktiv. Was den Ermittlern dann später auch auffällt, ist, dass Brian auf einer Seite ziemlich aktiv war auf Facebook, die rassistisch motiviert ist. Und dort hinterlässt er auch immer wieder ekelhafte und rassistische Kommentare, was vielleicht auch auf den Grund schließen lässt, warum er sich eben Lynn Joe Henry als Opfer ausgesucht hat. Nur einen Monat vor Brians schrecklicher Tat an Lynn wird er eingebürgert. Also er bekommt die US-amerikanische Staatsbürgerschaft, ist zu dem Zeitpunkt auch fünf Jahre mit seiner Ehefrau Stephanie verheiratet. Und Stephanie wird in späteren Interviews auch aussagen, dass sie diese dunkle Seite ihres Ehemannes nie gesehen hat und auch nichts davon mitbekommen haben will in der ganzen Zeit ihrer Ehe. Brian Smith wird am 8. Oktober 2019 am Ted Stevens Flughafen in Anchorage, Alaska verhaftet. Und das vor den Augen seiner schockierten und bis dato nichts wissenden Ehefrau Stephanie. Die beiden kamen gerade von einem Kurztrip aus Virginia zurück und nun wurde Brian direkt am Flughafen von der Polizei verhaftet und angeklagt wegen Mordes an Lynn Henry. Die Beweislast gegen Brian ist erdrückend, denn zum einen hatte er sich ein Hotelzimmer in dem besagten Marriott Hotel gemietet, war dort halt auf der Gästeliste eingetragen, er hat das Videomaterial aufgenommen und war dort auch zu erkennen von seiner Stimme und auch vom Aussehen her. Er war auf den Video- und Überwachungsaufnahmen des Marriott Hotels selber zu sehen und Brian gab das alles auch zu. Und Brian gesteht den Ermittlern einen weiteren Mord, den er zwischen den Jahren 2017 und 2018 ebenfalls an einer nativen Ureinwohnerin Alaskas begangen haben will. Und er erzählt den Ermittlern eben, dass er diese Frau erschossen habe. Er erzählt ihnen ungefähr, wo die Ermittler die Überreste dieser Frau auffinden können. Und die Beamten finden auch einen weiblichen Schädel mit einem Einschussloch, was Brian Smiths Geschichte bestätigt. Sein erstes Opfer hieß Veronica Abuchuk, war ebenfalls eine Ureinwohnerin Alaskas und war zu dem Zeitpunkt ihres Todes obdachlos und 53 Jahre alt. Sie wurde von ihrer Familie im Jahr 2018 als vermisst gemeldet, nachdem sie sie mehrere Wochen nicht erreicht haben. Und nun hatte die Familie Gewissheit, eine traurige Gewissheit, dass Veronica eben ums Leben gekommen ist. Da Brian sich an den Namen seines ersten Opfers nicht erinnern kann, zeigen die Ermittler ihm einige Fotos von einer verschwundenen Frau, die halt auch in den Zeitraum dieses Mordes passen würde. Und da bestätigt Brian Smith den Beamten eben, dass es sich genau um diese Frau auf diesem Foto handelt. Und diese war eben Veronica. Brian Smith gesteht den Mord an Veronica freiwillig, denn die Ermittler hatten hier dahingehend bis dato noch keine Beweise gegen ihn und auch keine Idee, dass er für diesen Mord verantwortlich sein könnte. Er gab aber auch, wie gesagt, alles weitere zu. Also er gab beide Morde zu. Er gab zu, in dem Hotel gewesen zu sein und diese ganzen schrecklichen Taten begangen zu haben. Und trotzdem plädierte er bei der ersten Anhörung auf nicht schuldig. Warum und wie konnte ich jetzt nicht genau in Erfahrung bringen? Auch sind bei der ersten Anhörung viele Angehörige im Gerichtssaal. Und sie sind traurig, doch auch glücklich zugleich, dass sie nun endlich Gerechtigkeit für ihre Angehörige bekommen. Viele haben sich auch eine rote Hand ins Gesicht malen lassen. Diese rote Hand übers Gesicht soll dann veranschaulichen, dass nicht mehr geschwiegen werden darf über Tode von nativamerikanischen Frauen. Die Verhandlung sollte im April 2020 stattfinden, wurde aber aufgrund von der Corona-Pandemie verschoben und weiter verschoben und hat bis heute noch nicht stattgefunden. Brian Smith wurde angeklagt, auch wegen dem Mord an Veronica Abuchuk. Brian Smith wartet nun auf seine Verhandlungen, sitzt im Gefängnis da, wo er auch hingehört und ihn erwarten bis zu 99 Jahre Haft. So, meine Lieben, jetzt am Ende noch ganz kurz meine Meinung. Ich bin immer wieder erstaunt, was für Menschen es auf dieser Welt gibt und wie grundlos... Ich meine, jeder Mord ist grundlos. Ja, es gibt keinen Grund, meiner Meinung nach, einen Menschen umzubringen, ihm das Leben zu nehmen. Ich glaube, dahingehend sind wir uns alle einig. Trotzdem bin ich immer wieder erstaunt, aus welchen niederen Beweggründen solche schrecklichen Taten eben passieren. Was ich euch auch vergessen habe zu erwähnen und mir jetzt gerade einfällt, ist, dass Brian Smith selber, kurz nachdem er diesen Mord begangen hat und mit seiner Frau zu diesem Kurztrip nach Virginia aufgebrochen ist, selber die Polizei gerufen hat und er hat Anzeige erstattet, weil angeblich jemand in sein Auto eingebrochen ist und die Scheibe eingeschlagen hat. Bei diesem Einbruch in sein Auto wäre dann eine GoPro und mehrere SD-Karten abhandengekommen, also wurden gestohlen. Das Ganze hat mich so ein bisschen verwundert. Ich dachte mir so, ja, also warum ruft er denn die Polizei, wenn er doch weiß, dass diese etikettierte SD-Karte dabei ist, die auch geklaut werden? Also ich konnte nicht ganz nachvollziehen, warum er das Ganze gemeldet hat und ob er sich vielleicht gedacht hat, dass wenn er diesen Einbruch in sein Auto vortäuscht und dann eben die SD-Karte, die er wahrscheinlich selber verloren hatte, gefunden worden würde, könnte er sagen, ja gut, jemand ist in mein Auto eingebrochen und die haben dieses Video aufgenommen. Nun ist es aber sehr unwahrscheinlich, dass in diesem Ort, wo das Ganze passiert ist, ein weiterer Mann mit so stark ausgeprägtem südafrikanischen Akzent wohnhaft ist. Also das ist alles so ein bisschen tricky und für mich so undurchsichtig. Manchmal, also es gab einen Moment, da habe ich mir gedacht, er hat es mit Absicht gemacht. Also er wollte erwischt werden. Es gab ja auch schon solche Fälle, wo dann Serienkiller, ich meine, es ist nicht bewiesen, dass er ein Serienkiller ist, obwohl viele Beamte das in den Raum geworfen haben. Es ist immer noch eine Vermutung. Und es gibt aber viele Serienkiller, die dann irgendwann einfach erwischt werden wollen. Oder halt dieses Katz-und-Maus-Spiel gibt es ja auch alles. Und ich frage mich, ob das in seinem Fall auch so wäre oder auch so war. Keine Ahnung, da kann man spekulieren. Ich warte auf die Gerichtsverhandlung. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass er seine gerechte Strafe bekommt und dass die Angehörigen der zwei verstorbenen Frauen irgendwie ihre Ruhe finden und damit abschließen können. So, meine Lieben, ich frage euch, wie immer, wie fandet ihr den Fall? Kantet ihr ihn? Und schreibt es mir gerne in die Kommentare. Interessiert mich wie immer brennt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich liebe euch so, so, so sehr. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.